Falls du auch jeden Tag aktiv Instagram nutzt, dann pass auf jeden Fall gut auf, weil ich zeige dir jetzt eine Wirklichkeit, wie du mit Instagram jeden Tag Geld verdienen kannst, ohne Vorfahrung und ganz wichtig auch ohne Startkapital. 10 bis 15 Minuten pro Tag können absolut ausreichen, um dir ein profitables Instagram Business aufzubauen, deswegen pass auf jeden Fall gut auf und ich zeige dir jetzt gleich, wie das Ganze funktioniert. Bevor wir aber mit der heutigen Möglichkeit zum Geld verdienen starten, möchte ich euch zuallererst den Kanal vom Sven Kotzbach vorstellen, einen guten Freund von mir, der verschiedene Arbeitnehmer, Investoren und viele andere Businessberufe interviewt und das sind wirklich interessante Interviews, deswegen schaut auf jeden Fall mal beim Sven auf seinem Kanal vorbei. Ich habe euch das Ganze unterhalb von dem Video in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst ein Abo da, so wie ich das auch gemacht habe und sagt ihm auf jeden Fall einen schönen Gruß von mir. Wie starten wir jetzt also unser Instagram Business? Als allererstes brauchen wir eine Seite, wo wir uns komplett kostenfrei Videos erstellen können und da eignet sich die Seite vid.io auf jeden Fall extrem gut dafür. Hier könnt ihr extrem einfache Videos erstellen, ihr könnt aber zum Beispiel auch eine Seite namens canva.com zum Beispiel nutzen. Ich bin aber ein riesen Fan von der Seite hier, weil wir eben hier schon sehr viele vorgefertigte Videos nutzen können, sage ich mal. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Nachdem ihr euch hier eingeloggt habt und euch einen Account erstellt habt, könnt ihr hier einfach auf den Punkt Neues Video gehen und dann auf Create Project. Dann öffnet sich hier eine neue Seite und dann könnt ihr hier entweder irgendwelche Stock Videos hochladen, wie zum Beispiel von Pexels.com oder sowas zum Beispiel. Oder ihr könnt auch hier unten einfach mal schauen, was die zum Beispiel für verschiedene Videos drin haben. Wir können jetzt hier zum Beispiel einfach mal das Video nehmen, wenn wir sagen, hey, das Ganze gefällt uns und wir sehen schon, wir haben hier ein wirklich sehr cooles Video, wo wir eben komplett lizenzfrei benutzen können. Was ich euch dann auf jeden Fall empfehlen würde, wäre später hier dann auch noch ein bisschen Audio zu hinterlegen, aber das Ganze macht ihr dann erst zum Schluss, nachdem wir unseren Text eingefügt haben. Und wie wir jetzt passende Texte dafür finden, zeige ich euch jetzt auch noch geschwind. Um jetzt hier einfach mal ein paar coole Texte zu finden, bin ich einfach mal auf Google gegangen und habe einfach mal inspirierende Zitate eingegeben. Ihr könnt auch inspirierende Zitate von berühmten Persönlichkeiten oder so zum Beispiel eingeben. Und wir sehen jetzt hier zum Beispiel schon 70 Sprüche für echten Antrieb von berühmten Leuten oder Allgemeinheit, 70 Sprüche. Und hier können wir jetzt dann einfach mal nachschauen und wir sehen jetzt hier zum Beispiel eine ganze Liste mit motivierenden Sprüchen. Und hier könnt ihr jetzt zum Beispiel euch einfach mal ein paar passende Sprüche raussuchen. Ich nehme jetzt zum Beispiel einfach mal den hier und was ich euch empfehlen würde, wäre vielleicht hinten auch einfach noch zu sagen, okay, von wem kam der Spruch? Auch in dem Fall zum Beispiel vom Dalai Lama. Also ich denke mal, die ein oder andere Person wird den Dalai Lama auch kennen. Was wir jetzt hier machen können, ist einfach wieder bei read.io. Wir können hier auf den Punkt Text gehen und können dann eben hier einen Text einfügen. So, was wir jetzt hier machen können, ist, wir können hier den Text bearbeiten, fügen hier zum Beispiel einfach das ganze Ding ein. Und ihr seht schon, wir haben den Text hier eingefügt, können das Ganze hier noch anpassen, sodass uns das Ganze eben gefällt, dass wir sagen können, okay, wunderbar. Wenn ihr dann hiermit zufrieden seid, könnt ihr hier zum Beispiel einfach nochmal einen neuen Text einfügen, wenn ihr sagt, okay, das Ganze passt jetzt. Ich möchte jetzt hier vielleicht nochmal einen neuen, einen zweiten Text hinzufügen. Und hier können wir jetzt dann zum Beispiel das Ganze einfach mal verschieben auf unserer Zeitleiste. Das heißt, wenn der eine Text vorbei ist, dann soll eben der nächste Text kommen. Und dann gehen wir eben hier auf den zweiten Text und fügen jetzt hier vielleicht einfach diesen hier ein von Mahatma Gandhi. Dann gehen wir hier oben wieder rein, kopieren das Ganze rein und wir sehen schon, wir haben jetzt hier im Endeffekt unseren neuen Text eingefügt. Und das ist im Endeffekt ganz einfach, wie ihr sehen könnt, wir können das Ganze hier wirklich einfach reinfügen. Und wenn ihr mit der ganzen Geschichte zufrieden seid, könnt ihr einfach auf den Punkt Audio gehen, könnt dann hier einfach noch ein Lied einfügen oder halt Musik. Hier unten findet ihr auch zum Beispiel Stock Audio Dateien. Das heißt, ihr könnt euch hier einfach mal die ganzen Lieder anhören, die euch gefallen, wo ihr sagt, okay, das finde ich cool. Dann haut ihr das Ganze einfach noch drauf und wenn ihr euer Video fertig geschnitten habt und ihr sagt, okay, ich bin damit zufrieden, könnt ihr hier oben einfach auf den Punkt Export gehen und euer Video runterladen. Bei Instagram ist leider das Problem, ihr könnt jetzt hier zum Beispiel die ganzen Videos nett vom PC hochladen. Das heißt, ihr müsstet euch die Videos erst runterladen, dann an euer Handy schicken und dann in eurem Instagram Account eben hochladen. Und ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, das Ganze im Reels-Sektor hochzuladen, weil ihr damit eben am meisten Aufrufe generieren könnt mit Reels. Und dann könnt ihr das gleichzeitig auch noch in eurer Story posten und zum Beispiel sagen, hey, ich habe hier ein neues Video in den Reels hochgeladen, schau dir einfach mal das Reels an. Was ich euch dann empfehlen würde, wäre in die Kommentare reinzuschreiben, dass die Leute auf eurem Profil vorbeischauen sollen, um eben weitere Informationen zu erhalten. Und dann könnt ihr ganz am Ende vom Video noch ein Call to Action machen, das heißt, den Leuten sagen, hey, meldet euch doch bei mir, schreibt mir eine Nachricht mit Info oder sowas zum Beispiel. Und dann könnt ihr in eurem Profil zum Beispiel auch einfach einen Link reinposten von einem Produkt. Und falls ihr euch jetzt fragt, okay, wo finde ich passende Produkte, wo ich hier bewerben kann, damit ich Geld verdienen kann, da geht ihr einfach mal auf die Seite digistore24.com. Dann könnt ihr hier auf den Punkt Marktplatz gehen und hier gibt es tausende Produkte, wo ihr bewerben könnt in allen möglichen Bereichen. Das heißt, ihr könnt im Bildungsbereich was bewerben oder auch im Essen- und Trinkenbereich, wenn ihr vielleicht solche Videos hochladet oder auch zum Beispiel im Bereich Social Media. Das heißt, die Möglichkeiten sind wirklich unbegrenzt, was ihr hier bewerben könnt und ihr seht, wie schnell das Ganze ging. Ihr könnt innerhalb von wenigen Minuten euch ein passendes Video erstellen und könnt das Ganze dann ganz einfach auf Instagram hochladen. Falls du jetzt noch wissen willst, wie das Ganze genau funktioniert, als eine wirklich komplette Anleitung, dann schau mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Da habe ich den Instagram-Kurs verlinkt. Das Ganze kannst du für gerade mal einen einzigen Euro austesten. Falls du sagst, hey, ich bin damit nicht zufrieden, hast du ein 14-tägiges Rückgaberecht, das heißt, du hast keinerlei Risiko und hast maximal einen Euro, den du ausgeben musst. Deswegen schau auf jeden Fall mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Ich zeige dir da Schritt für Schritt, wie du dir ein profitables Instagram-Profil aufbauen kannst, gibt dir noch weitere Tricks und Hacks. Deswegen sei auf jeden Fall gespannt, schau unten vorbei und sichere dir den Kurs, solange du noch für einen einzigen Euro testen kannst. Das war es auf jeden Fall mit der Möglichkeit. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg mit einem profitablen Instagram-Business. Bis zum nächsten Mal. Euer Luke. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.